Miriam, oh Miriam, nur wegen dir mach ich den Fernseher an, weil ich ohne dich nicht schlafen kann. Also von Holger habe ich nur gute Erinnerungen und ich denke heute noch gerne zurück und ich habe mich am Sonntag auch angestreckt, dass ich die Videokassette gefunden habe und es hat mich so richtig gefreut am Samstagabend, was der Holger geworden ist. Der Holger hat schon immer gerne gesungen und getanzt und beim Training war er eigentlich der Beste, wo es überhaupt gehen wird und ich bin richtig stolz auf ihn. Wenn sie feiern, feiern sie ganz gut ab. Oh, hier klingt dann meistens Kaimi. Superstar wollte er schon immer werden, seit er das erste Mal bei DSDS war. Ist ein lustiger Mensch, der halt spontane Witze ablässt, ab und zu. Yeah, weil ich ohne dich nicht schlafen kann. Ja, wir sind hier intensity. Und zwar wenn du ja auch nicht schlafen kannst. Ich bin ja nur ein lustiger Mensch, der halt von mir ist und ich bin ja nicht schlafen kann. Untertitelung des ZDF, 2020